Karl-Heinz Kaller, Pflipsen ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Verein Pflipsen begann beim SC Rhein-Dallen, von wo er zur Jugend von Borussia Mönchengladbach wechselte. 1989 debütierte er für den Klub in der Fußball-Bundesliga. Bis zum Abstieg der Borussia 1999 absolvierte Pflipsen 197 Bundesligaspiele für die Mönchengladbacher und stand 1995 in Jena Elf. Die im Berliner Olympiastadion mit einem 3 zu 0 über den VfL Wolfsburg, den die FB-Pokal 1995 gewann. Zur Saison 1999-2000 wechselte er zum griechischen Spitzenklub Panathinaikos Athen, mit denen er Wiesemeister in Griechenland wurde. Außerdem wurde Pflipsen in seinem ersten Jahr zusammen mit Giovanni von Olympiakos Pireus zum besten Ausländer der Liga gewählt. Des Weiteren spielte er mehrmals mit Panathinaikos in der Champions League. Im Oktober 2001 unterzeichnete Pflipsen einen Kontrakt beim Zweitligisten Alemannia Aachen, wo er bis zum Sommer 2004 verblieb. Mit der Alemannia verpasste Pflipsen zwar im Mai 2004 den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Er reichte unter Trainer Jörg Berger allerdings abermals das Endspiel um den DFB-Pokal. Dort unterlag Aachen dann Werder Bremen. Nach einer erfolgreichen Zeit und seiner dritten Pokalfinal-Teilnahme 2004 in Berlin wechselte er zum TSV 1860 München, der nach zehnjähriger Zugehörigkeit zur 1. Fußball-Bundesliga im Mai 2004 in die 2. Fußball-Bundesliga abgestiegen war. Dort verlor er in der Rückrunde seinen Stammplatz und beendete anschließend im Alter von 34 Jahren seine aktive Laufbahn als Profi-Fußballer. Im Frühjahr 2006 schloss er sich jedoch noch einmal für kurze Zeit dem österreichischen Fünftligisten Union Räcker-Weißkirchen an. Von einem Sponsoren-Konsortium finanziert wurde Pflipsen jeden Donnerstag von Köln nach Oberösterreich eingeflogen. Am Samstag ging es dann wieder zurück in die deutsche Heimat. Insgesamt spielte er siebenmal für Weißkirchen und erzielte zwei Treffer. Ab dem 14. Juli 2008 war er Cheftrainer der U23 von Rot-Weiß-Essen. Am 18. Februar 2009 wurde die Zusammenarbeit einvernehmlich mit sofortiger Wirkung beendet. Als Begründung wurden unterschiedliche Auffassungen zu inhaltlichen Konzeptionen angegeben. Nationalmannschaft Im Rahmen des US-Cups, einem Vier-Nationen-Turnier in den Vereinigten Staaten, absolvierte Pflipsen am 13. Juni 1993 gegen Gastgeber USA-Unternationaltrainer Bertie Vogts als Einwechselspieler sein einziges Alländerspiel für die Bundesrepublik. Pflipsen durchlief sämtliche Stationen in den U-Mannschaften des DFB. In der U15 bis zur U21-Nationalmannschaft des DFB bestritt er über 40 Länderspiele für Deutschland. Trivia Im Interview mit der Abendzeitung München erklärte Pflipsen, dass ihm der Spitzname Kalle von der Presse gegeben wurde. Eigentlich würden ihn alle anderen Kalle oder Flippi rufen. Im Moment